Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mir mit dir gemeinsam das neue Gira 1 System anschauen, für wen das Ganze geeignet ist, wie sich das vielleicht von einer normalen KNX Installation abhebt, welche Vorteile das bietet, vielleicht auch welche Nachteile das Ganze hat, all das in diesem Video. Hinter mir siehst du eine kleine Verteilung, die habe ich vorbereitet für dieses Video. Da sind eben die Gira 1 Komponenten schon verbaut. Wir haben zwei LED Spots, die wir eben dimmen können. Wir haben verschiedene Taster, hier ist auch ein Gira G1 noch verbaut. Wo wir dann eben die gleiche Ansicht haben wie in der Smart Home App. Dann habe ich noch einen Rollladen, den wir eben einbinden können. Ja, und das können wir dann eben über die verschiedenen Taster und unsere Smartphone App auch von unterwegs dann eben steuern. Das gucken wir uns alles an, wie man das Ganze in Betrieb nimmt. Und vielleicht fällt dir schon auf, dass du die Komponenten hier eventuell kennst. Das heißt, das sind die normalen KNX Komponenten. Einige davon wurden jetzt eben One-fähig gemacht. Das heißt, am Ende ist das genauso verkabelt wie eine ganz normale KNX-Installation. Der große Unterschied ist aber, du brauchst keine ETS und somit sparst du auch die Kosten für eine ETS-Lizenz. Das ganze System wird eben mit dem neuen Gira 1 Server dann eben konfiguriert. Das heißt, du nimmst den Gira Projektassistenten. Das ist eine kostenlose Software von Gira. Und damit wird das ganze Projekt in Betrieb genommen, Verknüpfung hergestellt. Was mit welchem Taster eben passieren soll, gucken wir uns gleich an. Ja, und dann können wir das ganze System eben Schritt für Schritt gemeinsam einrichten. Das werden wir alles in diesem Video machen. Ich wünsche dir jetzt schon mal ganz viel Spaß mit diesem Video zum neuen Gira 1 System. Und am Ende, wie immer ein kurzes Fazit, jetzt richten wir das Ganze erstmal gemeinsam ein. Und dann gucken wir mal, was das neue System bietet. Viel Spaß mit dem Video zum Gira 1. Wie eingangs schon erwähnt, brauchen wir keine ETS, um das System in Betrieb zu nehmen. Wir brauchen nur die kostenlose Software von Gira. Diese nennt sich Gira Projektassistent, kurz GPA. Und die ist eben seit Version 5.0 auch mit dem One System kompatibel, sodass wir das gleich gemeinsam in Betrieb nehmen können. Die kann man einfach kostenlos auf der Website von Gira herunterladen. Man muss sich auch nicht registrieren oder so. Einfach hier als Download verfügbar. Leider nur für Windows. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder meine virtuelle Windows 11 Maschine rauskramen. Dort habe ich jetzt den Gira Projektassistenten schon installiert und gestartet. Und ich würde sagen, wir legen das neue Projekt jetzt direkt gemeinsam an. Dafür klicke ich auf der linken Seite logischerweise auf Neues Projekt. Und im folgenden Dialog wähle ich Gira 1 aus. Und dann kann ich einen Projektnamen vergeben. Ich nenne das mal Gira 1 Test als Beispiel. Und das Projektpasswort vergebe ich als Test 1234, damit eben nicht jeder dieses Projekt öffnen kann. So, Projekt anlegen. Und dann komme ich auf diese Ansicht, die dir vielleicht aus einem Gira X1 Projekt schon relativ bekannt vorkommt. Wenn ich jetzt aber hier auf Gebäude und Geräte gehe mit einem Doppelklick, dann sieht alles ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt also einen Assistenten, der mir hier auch mit Erklärvideos sehr gut erklärt, was ich denn jetzt zu tun habe. Das blende ich aber mal aus. Dafür hast du ja dieses Video. Und jetzt kann ich erstmal einen Schaltschrank anlegen. Den nehme ich einfach und ziehe den hier auf die rechte Seite. Ja, der heißt jetzt einfach Schaltschrank. Genauso könnte ich jetzt verschiedene Etagen, Gebäude und so weiter anlegen, wie du das zum Beispiel vom Gira X1 eben auch kennst. Ich lege jetzt einfach mal hier einen weiteren Raum an. Den ziehe ich hier rechts rüber. Den nenne ich dann zum Beispiel mal Wohnzimmer. Und da kommen dann eben gleich die verschiedenen Komponenten rein. Das heißt, hier sind wir erstmal fertig. Ich gehe also jetzt in den nächsten Schritt, Server hinzufügen. Hier gibt es aktuell nur einen Server, nämlich den Gira One Server. Den ziehe ich einfach in meinen Schaltschrank. Wenn ich hier nicht weiter weiß, kann ich mir natürlich auch an dieser Stelle nochmal ein Erklärvideo anzeigen lassen. Ja, das ist im Endeffekt genau das, was ich gerade gemacht habe. Das heißt, jetzt wurde der Server hier in meinem Schaltschrank hinzugefügt. Das mache ich mal wieder zu. Im Endeffekt sind wir hiermit auch schon fertig. Ich gehe jetzt in den nächsten Schritt. Und hier fügen wir jetzt Verbraucher und Geräte hinzu. Was möchte ich machen? Im Endeffekt möchte ich erstmal im Wohnzimmer ein Licht dimmen. Deswegen ziehe ich das hier rein. Nenne das mal Spot Links zum Beispiel. Dann habe ich noch ein weiteres Licht, was ich dimmen möchte. Spot Rechts. Die befinden sich ja beide oben auf meinem Demo-Board. Dann möchte ich ganz gerne noch einen Rollladen haben. Nenne das Ganze einfach mal Rollo. Habe ja nur eins. Und ich habe hier noch eine schaltbare Steckdose an meinem Schaltaktor hängen. Das heißt, ich nenne das Ding einfach Steckdose. So. Die sind also alle im Wohnzimmer. Das sind jetzt aber nur die Funktionen. Ich habe jetzt also noch keine Geräte daran geknüpft. Die entsprechenden Geräte finden wir dann weiter unten. Ja, und das sind leider alle Geräte, die momentan erst unterstützt werden. Das heißt, nicht jedes Gira-Produkt ist automatisch Gira One fähig. Ich hoffe, dass da in Zukunft noch mehr dazu kommt. Die Gira-Projektpalette für KNX-Komponenten gibt ja deutlich mehr her, als das, was jetzt hier verfügbar ist. So fehlt zum Beispiel der Task-Sensor 4 noch komplett. Finde ich sehr schade, ist aktuell aber einfach nicht kompatibel. Ja, und die Geräte, die ich jetzt hier habe, die packe ich jetzt in meine Verteilung. Und zwar ist das der Schaltaktor mit kombiniertem Jalousieaktor. Dreifach. Dann habe ich noch einen Vierfach-Dimmaktor. Der kommt hier auch rein. Und dann habe ich noch die Spannungsversorgung mit 640 mA. Die müsste man jetzt hier wahrscheinlich noch nicht mal anlegen. Ist aber nun mal auch in meiner Verteilung. Ja, was fehlt noch? Im Endeffekt müssen wir ja dann die Aktoren an die Funktion knüpfen. Aber wir haben ja auch noch Taster. Das heißt, ich habe hier so einen Einfach-Taster und einen Zweifach-Taster. Und die Geräte müssen natürlich auch in die jeweiligen Räume gepackt werden. Das heißt, hier habe ich den Einfach- und den Zweifach-Taster. Die packe ich jetzt ebenfalls mit in das Wohnzimmer. Das ist auch ein Unterschied zum Gira X1 zum Beispiel. Da packt man ja nur die Funktion da rein und knüpft diese Funktion dann an Datenpunkte. Und hier knüpft man die eben direkt an die Geräte logischerweise, weil wir ja keine Gruppenadressen oder physikalische Adressen kennen. Das passiert alles im Hintergrund. So, das heißt, das ist eigentlich soweit abgeschlossen. Wir gehen jetzt zum nächsten Schritt, wo wir die Geräte konfigurieren werden. Wie funktioniert das Ganze? Ich klicke auf nächstes Gerät konfigurieren. Und jetzt starten wir hier mit dem Gira One Server. Und hier muss ich den Gira Device Key jetzt hinterlegen. Wo bekomme ich den her? Der steht auf einer kleinen Karte, die dem Gerät beiliegt. Könnte ich jetzt abtippen. Oder ich scanne das Ganze mit dem Smartphone. Wenn ich hier hinten also auf den Button klicke, bekomme ich einen neuen Dialog mit einem QR-Code. Und wenn ich den jetzt mit meinem Smartphone scanne, komme ich auf die Gira Website. Ich brauche also keine separate App. Die Webseite möchte jetzt auf meine Kamera zugreifen. Okay. Und jetzt muss ich diesen Code hier scannen auf der Karte, die dabei liegt. Wenn ich den Finger jetzt wegnehme, dann erkennt er den hoffentlich. Und trägt jetzt den Gira Device Key hier direkt ein. Und dann ist es auf jeden Fall deutlich schneller, als das Ganze abzutippen. Ja, jetzt kann ich im Endeffekt weitergehen. Nächstes Gerät konfigurieren. Jetzt habe ich hier meinen Schaltaktor. Und möchte ganz gerne auf dem Ausgang 1 etwas schalten. Und da liegt jetzt meine Steckdose drauf in der Verteilung. Das heißt, ich wähle hier im Wohnzimmer meine Steckdose aus. Hier bekomme ich also alle möglichen Funktionen jetzt angezeigt, die zu diesem Typ hier passen, zu der Funktion. Ausgang 2 ist nicht belegt. An 3 und 4 habe ich die Jalousie angeschlossen, also ein Rollo. Das heißt, ich würde Beschattung auswählen. Und hier wird mir dann logischerweise das Rollo angeboten, weil das wieder zu diesem Typ hier passt. Ist also wirklich ganz einfach. Du siehst auch, dass Ausgang 3 und 4 jetzt logischerweise zusammengefasst wird, weil wir brauchen ja für Hoch und Runter zwei Relais. Und die habe ich eben beide belegt auf 3 und 4. Das heißt, das wird dann zusammengefasst, sobald man hier Beschattung auswählt. Ja, an den restlichen Ausgängen ist nichts angeschlossen. Deswegen kann ich direkt sagen, nächstes Gerät konfigurieren. Wobei, ich muss natürlich auch hier den Device Key noch eben hinterlegen. Von dem Schaltaktor, da gehe ich wieder genauso vor, gehe auf mit Smartphone scannen und scanne jetzt wieder den QR-Code von dem zugehörigen Gerät. Dann wird das hier wieder direkt vorausgefüllt. Das gleiche machen wir natürlich mit dem DIM-Aktor. Auch den scannen wir mit dem Smartphone. Wunderbar, übernommen. Und das gleiche mache ich jetzt natürlich noch mit den Tastern. Die Funktion legen wir gleich noch fest. Ich scanne jetzt erst alle Geräte mit dem Smartphone scannen. Das war jetzt der Einfach-Taster. Und zu guter Letzt noch den Zweifach-Taster. Dann habe ich meine ganzen QR-Codes auf jeden Fall schon mal gescannt. So, damit bin ich fertig. Das Smartphone kann ich also weglegen. Jetzt müssen wir weiter konfigurieren. Schaltaktor war soweit fertig. Jetzt noch der DIM-Aktor vierfach. Da habe ich nur zwei Ausgänge belegt. Und zwar möchte ich hier mit DIM. Ich kann nur eine Funktion auswählen. Und dann habe ich erst mal den Spot links. Und bei dem anderen habe ich meinen Spot rechts. Ausgang 3 und 4 ist bei mir hier jetzt auch gerade nicht belegt. Ja, jetzt haben wir noch den Taster Einfach. Der misst zum Beispiel auch die Raumtemperatur. Und jetzt könnte ich hier direkt, wenn ich einen Heizungsaktor hätte, auch direkt die Verknüpfung herstellen zu der Raumtemperatur, wenn ich denn den Stellantrieb darüber ansteuern möchte. Habe ich aber an der Stelle nicht konfiguriert. Wir haben nur die Wippe. Und die Wippe kann ich jetzt natürlich auch an irgendeine Funktion knüpfen. Hiermit möchte ich zum Beispiel jetzt die schaltbare Steckdose schalten. Also wähle ich jetzt hier meine Steckdose aus. Dann habe ich noch den Zweifachtaster. Ja, ich denke, das Prinzip ist langsam klar. Mit der linken Wippe würde ich ganz gerne DIM. Und als Verbraucher nehme ich meinen Spot links. Und ich kann hier auch mehrere auswählen. Würde jetzt Spot rechts auch noch anklicken. Und mit der rechten Wippe, die ist bei mir mit Aufdruck, mit Pfeilen hoch und runter. Das heißt, da möchte ich ganz gerne jetzt etwas mit beschatten. Und was wähle ich aus? Mein Rollo im Wohnzimmer. Ja, und damit wäre die Konfiguration jetzt eigentlich schon abgeschlossen. Wir können ja hier nochmal in die verschiedenen Einstellungen gehen, in die Parameter. Die haben wir je nach Typ. Bei der rechten Wippe jetzt zum Beispiel können wir festlegen, welche Farbe denn die LED haben soll. Rot, grün oder blau. Mehr Farben geht hier leider nicht. Und was die Funktion der LED ist. Ob die immer aus sein soll, immer an oder eben eine Betätigungsanzeige. Ich möchte jetzt gerne eine Betätigungsanzeige haben. Auf der linken Wippe ist das genauso konfiguriert. Und dann haben wir noch die Status LED generell. Da können wir nur die Helligkeit einstellen. Das heißt, hier hat man nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Feintuning vorzunehmen. Man hat nicht allzu viele Parameter. In der ETS sind da sicherlich mehr für die Geräte. Aber für viele dürfte das hier ausreichen. Genauso können wir einen Temperaturabgleich machen in Kelvin von dem Temperatursensor, der verbaut ist. Das heißt, da haben wir auch ein paar wenige Möglichkeiten, diese Taster hier noch ein bisschen zu konfigurieren. Genau das Gleiche natürlich dann bei den verschiedenen Aktoren. Wie bei dem Schaltaktor zum Beispiel. Da können wir festlegen, ob das ein Schließer oder ein Öffner ist. Genauso könnten wir eine Einschalt- und Ausschaltverzögerung hinterlegen. Dann die Ausschaltverzögerung von der Treppenhausfunktion, falls wir die Funktion denn dort hinterlegt haben. Und bei Ausgang 3 und 4 kann ich dann natürlich die Fahrzeiten hinterlegen von meinem Rollo. Bei dem kleinen Rollo sind das hier nur 9 Sekunden. Um das Thema abzuschließen, können wir nochmal kurz auf den DIM-Aktor schauen. Auch da haben wir natürlich Einstellungsmöglichkeiten pro Kanal, nämlich welche Last angeschlossen ist. LED, Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, elektronischer Trafo, konventioneller Trafo. Und auch hier haben wir dann verschiedene Parameter. Minimalhelligkeit, Einschalthelligkeit, ob wir den letzten Helligkeitswert einschalten wollen oder eben immer bei 100% starten. Wir haben Einschalt, Ausschaltverzögerung und so weiter. Man kann also doch eine ganze Menge konfigurieren. Hätte ich am Anfang gar nicht gedacht. Aber wir wollen ja hier mal weiterkommen. Deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Schritt. Die Geräte sind ja soweit eigentlich alle konfiguriert. Und wenn nicht, können wir das im Nachgang ja auch noch anpassen. Wir würden jetzt hier Benutzer anlegen. Ja, und hier finden wir erstmal feste Benutzer, also den Installateur. Dem könnten wir jetzt ein Passwort vergeben. Mache ich mal eben. Das speichere ich jetzt. Hier sollte man natürlich entsprechend sichere Passwörter wählen, weil wir können hier auch den Zugang für die Fernwartung dann eben aktivieren. Ja, beim Eigentümer können wir eben auch ein Passwort vergeben. Das speichere ich auch. Und jetzt können wir noch weitere Benutzer anlegen. Den nenne ich zum Beispiel hier M-Kleine. Der Benutzername ist auch M-Kleine. Hier oben kann ich natürlich auch den vollständigen Namen hinschreiben. Also Matthias Kleine. Vergebe dann auch ein Passwort. So, speichern. Wir können hier natürlich noch die entsprechenden Rechte einschränken, wie du das zum Beispiel auch vom Gira X1 kennst. Könnten hier noch Temperaturwerte für die Innen- und Außentemperatur anzeigen. Wenn wir denn entsprechende Sensoren hätten, habe ich an der Stelle nicht. Und ich würde sagen, wir schließen das erstmal ab, indem ich jetzt hier auf Weiter gehe. Ja, und jetzt sagt er mir auch schon, jetzt müsste ich auf die Inbetriebnahme gehen, damit dieses ganze Projekt jetzt endlich in unser System übertragen wird. Gira One Server, Inbetriebnahme starten, Gerät zuordnen, dauert einen kleinen Moment. Ja, und dann legt er auch schon los und übermittelt das ganze Projekt in unser System. Wir sollen das Gerät nicht von der Spannungsversorgung trennen. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauert. Wir warten einfach mal kurz ab. So viele Komponenten sind ja im Projekt gar nicht enthalten. Ja, die Inbetriebnahme ist beendet. Das Ganze hat jetzt deutlich länger gedauert, als ich dachte. Ungefähr so elf Minuten hat das jetzt mit den paar Geräten gedauert. Da stand aber auch zwischendurch, dass die Geräte aktualisiert wurden. Das heißt, er hat jetzt wahrscheinlich auch Firmware-Updates auf die Geräte aufgespielt. Beim nächsten Mal geht das hoffentlich ein bisschen schneller. Ja, und ich würde sagen, wir testen das Ganze jetzt einfach mal. Ja, und was soll ich sagen? Scheinbar funktioniert alles. Ich habe das gerade schon mal ausprobiert. Mit diesem Taster hier unten rechts wollte ich ja diese schaltbare Steckdose schalten. Da steckt jetzt so eine normale Stehlampe drin. Wenn ich die jetzt also hier oben drücke, dann wird sofort das Licht eingeschaltet. Funktioniert. Ausschalten klappt natürlich auch. Dann hatten wir noch die beiden Spots hier oben, die beiden LED-Spots. Die steuere ich gleichzeitig mit diesem Taster, obwohl die an verschiedenen Ausgängen von dem Dimm-Aktor hängen. Wenn ich jetzt also hier einmal drauf drücke, gehen die beiden Spots an. Genauso kann ich die jetzt dimmen, wenn ich gedrückt halte nach unten, dimmen sie eben runter. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera einigermaßen. Ja, doch, sollte man sehen, denke ich. Jetzt sind die sehr weit runter gedimmt und dann kann ich sie komplett ausschalten. Genauso kann ich jetzt eben mein Rollo hier fahren. Das ist ein bisschen lauter, aber funktioniert auch. Ich kann das jetzt eben anhalten und auch wieder hochfahren. Ein kleines Stück, wenn man kurz drückt und lang gedrückt halten, dann wird es eben bis oben hin gefahren. Funktioniert also. Das heißt, die Einrichtung war jetzt relativ einfach. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wir haben noch ein paar mehr Funktionen. Das Gira G1 und auch die Smartphone-App habe ich noch nicht eingerichtet. Das machen wir jetzt gemeinsam als nächstes. Um den Gira G1 jetzt im Projekt aufzunehmen, muss ich wieder zu Gebäude und Geräte wechseln. Hier kann ich auch direkt zu den einzelnen Schritten springen oder ich gehe eben über die freie Navigation. Dann bin ich eben nicht in diesem Schritte-Konzept gefangen, aber ich kann wie gesagt auch direkt hier reinspringen, Verbraucher und Geräte hinzufügen. Nehme jetzt das Gira G1, ziehe das auch ins Wohnzimmer und gehe dann zu Geräte konfigurieren und klicke das Ganze jetzt an. Auch hier muss ich jetzt wieder das Initial Device Passwort hinterlegen. Das kann ich auch wieder einfach mit dem Smartphone scannen, so wie du das bei den anderen Geräten auch schon gesehen hast. So, das wurde jetzt übernommen. Ich hoffe, das mit Mac und Passwort und dem Doppelpunkt hier ist so richtig. Naja, werden wir dann später schon sehen. Und jetzt kann ich hier auf die Inbetriebnahme gehen und jetzt eben auch das Gira G1 direkt in Betrieb nehmen. Jetzt muss ich noch ein Update machen, updaten und starten. Dauert dann wieder einen kleinen Moment und dann habe ich hoffentlich meine komplette Konfigurationsoberfläche hier von meinem kleinen Projekt auch auf dem Gira G1 verfügbar. So, das hat jetzt erstaunlich lange gedauert. Gut 24, 25 Minuten hat das Ganze gedauert. Mit dem Firmware-Update natürlich in Kombination. Da stand zwar, das dauert ein bisschen länger, aber mit 25 Minuten hatte ich nicht gerechnet. Jedenfalls läuft jetzt alles. Ich kann jetzt auch auf dem Gira G1 nach einer kurzen Inbetriebnahme, also Sprache, Zeitzone und so weiter musste ich festlegen, dann eben alles steuern, was ich hier definiert habe. Funktioniert also auch wunderbar. Können wir uns auch noch mal kurz angucken. Wie gerade schon angekündigt, kann ich jetzt natürlich mit dem Gira G1 alles steuern, was wir gerade eingerichtet haben an Funktion. Das heißt, den Spot hier oben links, den Spot oben rechts, genauso kann ich da reingehen und den dann eben runter dimmen zum Beispiel. Dann kann ich mein Rollo entsprechend fahren, zum Beispiel hier auf 24%. Dann fährt das eben anhand der eingestellten Fahrtzeit auf 24%. Ich kann meine Steckdose steuern, die hier in der Verteilung ist, kann die dann natürlich auch über den Taster an- und ausschalten und sehe den Status direkt auf dem Display. Im Endeffekt ist das ja einfach nur ein Android-Tablet, wenn du so möchtest, mit der Gira Smart Home App. Die beiden Geräte, also der Gira One und der Gira G1, kommunizieren ganz normal über das IP-Netzwerk miteinander. Das hat mit KNX nichts zu tun an der Stelle, ist also genau das Gleiche, als wenn du dein Smartphone nimmst und da die Gira Smart Home App installierst und dann den Gira One ansteuerst. Das funktioniert natürlich genauso. Ich starte mal kurz eine Bildschirmaufnahme, dann kann ich das auch nochmal zeigen. Auch hier kann ich jetzt alle Funktionen nutzen. Hast du ja in meinen Gira X1 Videos schon gesehen. Sieht hier auch genauso aus. Ich kann das Rollo hochfahren, ich kann die Steckdose einschalten und so weiter. All das funktioniert auch mit der Gira Smart Home App. Das ist ja auch der Grund, warum viele den Gira X1 nutzen und die funktioniert eben auch wunderbar in Kombination mit dem Gira One System. Ja, ich möchte das Video gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Du kannst natürlich auch noch weitere Systeme integrieren. Zum einen Sonos, zum anderen Philips Hue. Genau wie beim Gira X1 funktioniert das hier mit dem Gira One System auch. Meine Hintergrundbeleuchtung da hinten, die ist mit Philips Hue realisiert. Das heißt, ich habe das jetzt hier mal verknüpft und kann das Ganze jetzt eben über das System ansteuern. Könnte mir das natürlich jetzt auch auf Taster legen und so weiter. Das richtet man über die App ein. Kann ich dir hier auch nochmal kurz im Schnelldurchlauf zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ist relativ einfach. Man muss da einfach nur den Prozess durchgehen und fertig. Dann macht man nochmal eine Inbetriebnahme, bekommt die Punkte im GPA und kann das dann eben an die verschiedenen Taster zum Beispiel knüpfen. Das gleiche gilt für Sonos. Ansonsten sollte auch die Gira IoT API funktionieren. Dafür habe ich ja den IO Broker Adapter entwickelt. Kann ich dir hier auch nochmal verlinken, das Video. Das sollte damit auch funktionieren. Das heißt, du kannst deine Funktion dann eben auch aus anderen Systemen heraus ansteuern, wie zum Beispiel dem IO Broker. Das heißt, du kannst es dann mit anderen Systemen darüber verknüpfen. Sollte genauso funktionieren, habe ich nicht getestet. Aber die API sieht erstmal genauso aus. Das heißt, die Möglichkeit gibt es an der Stelle auch noch. Ja, und wie immer an dieser Stelle kommen wir zu einem kurzen Fazit. Was hat mir gut gefallen, was hat mir nicht so gut gefallen? Deine Meinung interessiert mich natürlich auch. Schreib doch mal in die Kommentare, wie dir das Gira One System bis jetzt gefällt. Positiv ist natürlich als erstes, dass man hier auf den KNX Standard setzt, der seit Jahrzehnten bewährt ist. Da hat man das Rad nicht neu erfunden. Das sind die Standard-KNX-Komponenten. Und die werden eben genau wie KNX verdrahtet. Das heißt, die ganzen Elektriker und so weiter kennen sich damit schon aus. Und man muss eben nichts Neues lernen. Man hat genau die gleichen Steckverbindungen. Man hat genau die gleichen Komponenten. Und kann im Prinzip jedem der KNX kann so ein Projekt auch geben. Auf der Softwareseite hat sich natürlich einiges getan. Man braucht nur noch den GPA. Keine andere Software. Man braucht keine ETS, keine ETS-Lizenz. Wird ja immer direkt als Kritikpunkt gegen KNX angeführt, dass man die teuren Lizenzen braucht. Braucht man hier eben nicht. Und man braucht sich eben nicht mit physikalischen Adressen rumschlagen, nicht mit Gruppenadressen, nicht mit Applikationen, die in die Komponenten übermittelt werden müssen. Man drückt, wie du gesehen hast, nur einmal auf Inbetriebnahme. Und den Rest erledigt eben dann der Gira One für uns aus dem GPA heraus. Das finde ich wirklich ganz schön gemacht. Genauso hat man direkt einen Fernzugriff. Also nicht wie bei dem KNX-System mit Gira X1, wo man dann für den Fernzugriff noch einen sehr, sehr teuren Gira S1 dazu kaufen muss. Kann ich dir gerne mal einblenden, was da für Preise aufgerufen werden. Das ist hier schon integriert. Also den bekommt man quasi kostenlos dazu. Ist also direkt vorhanden und man kann direkt starten. Genauso hat man die ganzen Funktionen in der App, die man vom X1 schon kennt. Szenen, dann eben die Zeitpläne, die man direkt anlegen kann. Wenn man möchte, dass abends um 22 Uhr die Außenbeleuchtung angeht und um 0 Uhr wieder ausgeht, kann man das direkt in der App einstellen. Genauso haben wir dann eben, wie gesagt, die Szenen. Und wir können eben die anderen Systeme einbinden, wie du das gerade gesehen hast. Nachteil an dem Ganzen ist natürlich, dass wir nur die Gira Komponenten haben und eben diese Herstellerunabhängigkeit und KNX-Vielfalt verlieren, wo KNX ja für bekannt ist. Das heißt, man kann nur KNX-Komponenten von Gira verwenden und nicht mal alle Komponenten. Das heißt, nur ein ganz kleiner Teil der KNX-Komponenten von Gira ist aktuell One-fähig. Ich verlinke dir mal eine Webseite von Gira, da kannst du mal durchstöbern. Meiner Meinung nach fehlt da noch eine Menge, zum Beispiel der Tast-Sensor 4. Den hätte ich zum Start sehr, sehr gerne gesehen. Genauso dann eben eine Wetterstation, Präsenzmelder, Rauchwarnmelder. All das aktuell noch nicht enthalten. Aber Gira steht mit dem System ja noch am Anfang. Ich hoffe, da kommt noch einiges nach. Also ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Ja, und der größte Kritikpunkt von meiner Seite kommt zum Schluss. Wenn du genau aufgepasst hast, ist dir aufgefallen, dass der Logik-Editor komplett fehlt. Wenn du den X1 kennst, dann kennst du auch den Logik-Editor. Da kannst du verschiedene Logik-Blätter anlegen und über eine grafische Oberfläche dann eben eigene Logiken zusammenstellen, die du dann ganz individuell gestalten kannst. Habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Verlinke ich dir gerne. Fehlt bei dem Gira One-System komplett. Ich weiß nicht warum, ob das ein technischer Grund ist oder ein politischer Grund, um die Systeme gegeneinander auf Distanz zu halten, weil man hat ja jetzt intern ein Gira One-System, ein System 3000, ein KNX-System und die muss man irgendwie noch voneinander differenzieren können. Und vielleicht hat man dann gesagt, ja, der Logik-Editor ist aber dann nur für das höchste System, für das KNX-System und den streichen wir aus dem One-System raus. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das ist nicht so. Ich hoffe, der wird noch nachgereicht, würde ich mir an der Stelle sehr wünschen, weil der Bereich hat gerade auch mit den Erweiterungen das System dann eben ungemein und das wäre wirklich schade, wenn das Ganze in Zukunft fehlt. Ja, deswegen hoffe ich, der wird noch in einem Firmware-Update nachgereicht. Von dir wünsche ich mir ganz gerne einen Daumen nach oben und werde gerne Abonnent von dem Kanal, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest. Dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder, vielleicht ja wieder zu dem Gira One-System. Wenn hier viele Fragen oder Kommentare auftauchen, was du noch sehen möchtest und ansonsten ja in einem weiteren Video zu einem anderen spannenden Smart Home-Thema. Ich wünsche dir wie immer alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.